und so leute was geht hier ist euer hypermc gomma hat vor wenigen paar minuten was neues reingepostet es gibt jetzt shop aktion winterpaket es gibt jetzt winterpakete und ja unsere webseite und goldshop natürlich bei gomma hd shopseite sind nun exklusive und zeitliche begrenzte winterpaket zu erwerben diese behalten neben unseren supreme rang auch noch folgendes einmal 12 eisenblock einmal kill sound wie wish you merry christmas und ein spray weihnachtsmüste so und dann gibt es noch andere pakete winterpaket l winterpaket xl und winterpaket xxl winterpaket 20 50 und 99 und ja wir können da reingucken was sind die winterpakete drin machen wir jetzt winterpaket l ist drin du erhältst das exklusive winterpaket auf gommel server netzwerk dieses besonders und einzige paket ist nur bis zum jahresende erhältlich so jetzt steht hier das winterpaket beinhaltet 30 tage supreme mit diesem rang kannst du unter anderem im vollen runden jointen privat zu weiterstellen und eine liste alle vorteile findest du hier klicken wir mal drauf und hier sind dann die supreme ringer kann man da kann man auch so einen eigenen supreme rank kaufen für 99 euro so hier sind jetzt folgendes trainer einmal ein trail eisenblock einmal ein kill sound we wish you merry christmas und einmal ein spray weihnachtsmütze und garantiert e-mail support und das alles so das ist das erste paket jetzt kriegen wir ins winterpaket xl da sind jetzt wissen mehr sachen drin ist schon hier sind jetzt drei monate supreme kostenlos wenn man diesen winterpaket xl kauft hier sind 12 paket zweier 15 mal ttt pass 15 mal bingo parks und noch weitere exklusive items welche nur über dieser winterpaket erhältlich sind sind aber ein trail eisenblock einmal ein kill sound we wish you my christmas 15 god cat weihnachtsbaum einmal ein spray weihnachtsmütze und zweimal city bed weihnachtsquate das ist in dem fall winterpaket xl 2023 trainer jetzt öffnen wir die winterpaket xxl für 100 tacken euro hier sind zwölf monate supreme drin hier sind einmal zwei mal 12 12 pack zweimal 30 mal ttt pass 30 mal bingo parks und noch hier diese einzelnen sachen wieder wie bei anderen treyer eisenblock krisen wirst du mir christmas einmal ein spray weihnachtsmütze 20 grad getz weihnachtsbau und viermal city bed weihnachtsquate ich verlinke hier haben die shopseite bei in die beschreibung rein könnte gerne like und ein aber da lassen verpasst keine neuen updates von goma hd.net bis nächstes mal und ciao